Hallo, hier ist Max. Willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video. Heute ist dabei Finn. Hallo, was geht's? Ja, Finn, weißt du, was wir in der Schule gemacht haben? Kannst du dich erinnern? Ähm, nee, ich kann mich nicht erinnern. Finn, du musst heute ein Video, alles bezahlen, was ich male. Mann, ich dachte, du hast vergessen. Ja, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Und Kevin hat gesagt, ich muss noch was ganz Wichtiges erzählen. Ihr seht hier, das ist der neue Merch. Den kann man kaufen am 3.12.14 Uhr auf merch.de. Ja, ja. Und das ist wie ein Geburtstagspaket. Da gibt es so drei Beilagen von vier. Autogrammkarte und ein goldenes Ticket. Und wenn man dieses goldene Ticket dann findet, dann kommen Lukas und Kevin zu denen, oder? Ja, und es ist limitiert auf 1.000 Stück. Man muss voll schnell sein, sonst ausverkauft. Ja, also, ähm, ich glaube, der Link ist in der Beschreibung. Und jetzt fange ich an zu malen. Okay, Finn, ich habe jetzt das erste Mal meine Malsachen hier aufgemacht an PC von Kevin. Ich fange jetzt an, ja? Wie viel Euro kannst du machen? Ähm, ich bekomme voll wenig Tastengeld, Max. Also bitte nur so zwei Euro. Was? Dann musst du Lukas fragen, wegen mehr Geld. Ähm, aber Lukas hat gesagt, ich darf nicht so viel mehr Geld. Okay, ich fange jetzt erst mal an mit der ersten Sache, okay? Okay. Ich muss mal einmal kurz in Brawl gucken, was man machen kaufen kann. Aber bitte, Max, nicht übertreiben. Ja, ich mache gar nicht so viel, so teuer. Ja, siehst du, Finn? Ist ein Quadrat oder so? Hey, was ist das, Max? Du kannst voll schlecht malen. Mann, das ist gut. Warte doch mal. Hahaha, das sieht voll schlecht aus. Mann, ich male doch gerade erst. So, das ist da oben rot. Das ist gelb. Weißt du schon, was ist? Ähm, ist das eine Omega Box? Nein, die kann man noch gar nicht kaufen. Doch, wenn man, ähm, wenn man YouTuber ist. So, dann ist hier in der Mitte ein Kreis. Und dann ist da Punkt und noch einer und ein Gesicht. Und dann ist oben einmal so ein Loch. Und dann ist hier, Achtung, neun. Und jetzt sieben. Und daneben ist ein grüner Kreis und der ist ausgemalt. Was ist das, Finn sagt? Oha, das ist ein Pin-Pack. Ja, das ist dieses Pin-Pack. Ich zeige dir. Das ist dieses hier mit Morty. Das kaufe ich jetzt. Gibst du Jams? Aber das kostet 5 Euro. Nein, nur 79 Jams. Guck mal, das musst du nicht mal bezahlen, sehe ich gerade. Ich habe sogar noch die Jams von Vivo. Oh ja, dann kauf das, das ist gut. Ja, so. Aber ist jetzt hier nur Morty's Mecha Morty? Ah, wie viele Pins? Ich will auch so viele in einem Pin-Pack. Die waren da jetzt alle drin. Oh, voll cool. Das sind mehr als 5, glaube ich. Jetzt mache ich das nächste, Finn, weil du musst jetzt noch gar nichts kaufen. Jetzt mache ich weiter. Ähm, ich will nichts kaufen. Also, das ist so. Hm. Das ist so, warte. So. So. Dann ist hier eine Linie. Das da ist so grau. Dann ist das da. Siehst du, Finn? Ich weiß nicht, was es ist. Aber, hm, Bits nicht viel Euro. Weißt du, dann sind hier so, 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 so. Ist das ein grüner Schleim? Nein, das ist kein grüner Schleim. Das sieht voll los aus. Dann ist der ausgemalt, der grüne. Und dann, weißt du, was da steht unten? Da ist eine 9. Bitte keine Juwelen, Max. Weißt du, was dann jetzt noch für Zahlen kommen? Ey, Max, bitte übertreib nicht. Du musst aber dann den Lukas fragen. Und dann gibt er das bestimmt dir Geld. Du sagst einfach, wenn der da dann fragt. Du sagst, ähm, du hast ein UFO gesehen, das man in Brawl kaufen kann. Und das kostet 600 Euro. Jetzt, Achtung. Noch eine 9. 6, nein. Und einen Punkt. Noch eine 9. Übertreib nicht. Ey, Max, 60 Euro bekomme ich nur im Jahr. Und das ist voll schwierig, weil ich kriege sogar ein Tastengeld. Und ich muss beim Bäcker immer Schokoriegel kaufen. Und für Schule und Milch kaufen. Und ich weiß nicht, wie ich das bezahlen soll. Kannst du, Lukas, jetzt fragen? Weil wenn du kein Geld mehr für Schokoriegel und Milch hast, dann ist es nicht so gut. Okay. Ähm, ähm, Lukas, darf ich 60 Euro für Max Video ausgeben? Ähm, Lukas hat gesagt, ich darf nur 12 Euro. Wirklich? Hat er das gesagt? Ähm, ja, weil er meinte, ich habe übertrieben mit Jams in letzter Zeit. Hm. Okay, dann mache ich nur 12 Euro. Okay. So, weißt du, weißt du, wenn gerade Lukas da war, sag ihm mal, dass ich immer Kreta-Code-Lukas mache, okay? Ähm, Max sagt immer Kreta-Code-Lukas. Gibt er jetzt mehr Geld? Frag ihn nochmal. Er hat gesagt, danke, aber nein. Mann! Okay, dann kaufe ich jetzt 12 Euro. Ich habe die Juwelen jetzt gekauft. Und weißt du, ich mache jetzt eine Sache, die male ich jetzt, weil, ähm, das du siehst. So, Finn, ich mache jetzt wieder was. Ich muss einmal kurz in Brawl gucken, wie man das malt. Achtung, es geht los. So, weißt du, das ist nämlich so, so, ups, nee. Teuer, Max, ich kann kein Geld mehr ausgeben. Nein, das ist gar nicht so teuer. Nur vielleicht ein bisschen. Also siehst du, das ist der Graue. Und in dem Grauen steht was drin. Und da steht was drin. Pass auf. Da steht... Bitte, Max, ich kann kein Geld mehr ausgeben. Warte. Finn? Das ist mein Name. Finn der Beste. Ja, guck. Der Beste. Das ist mein Beuzers Name. Ja, und jetzt, Achtung. Achtung, siehst du. Was meinst du da, Max? Ich weiß nicht, was es ist. Warte doch mal, Manno. Ich mach doch. Weißt du jetzt? Nein, ich verstehe das nicht. Nein, ich will nicht meinen Namen ändern. Ja, warte, guck. Das hier ist das. Da ist einmal mein Name und da ist der, ähm, der Drehrad. Und das musst du anklicken. Ich will nicht meinen Namen ändern. Doch, weil Lukas hat nicht 60 Euro gegeben. Mann, aber ich hab die ganze Zeit Tomatenkopf gehiesen. Und jetzt halt wieder Finn und ich sehen, die sich anders heißen. Ich hab einen guten Namen. Achtung, du machst das jetzt. Wie? Ähm, du nennst dich... Nennst dich? Warte, ich überlege gerade in meinem Kopf. Max, das ist doof, kann ich mich nennen. Nein, das geht nicht. Schule ist cool. Nein. Voll doof. Schule ist richtig doof und der Name voll peinlich. Du nennst dich Schule ist cool. Doch. Nein. Doch. Mach du das? Schule ist cool einfach so? Ja. Weißt du, wie man schreibt Schule ist cool? Ich schreib dir eben. Du machst, schreibst so. Ich bin jetzt geändert. Hast du es schon? Ja. Ich muss gucken. Ich hoffe, du hast richtig geschrieben. Ja, du hast... Nee, du hast falsch geschrieben. Eigentlich schreibt man das anders. Aber egal. Jetzt mach ich weiter, weil... Ich hab nur noch fünf Minuten, dann muss ich eh weg. So, Finn, bist du bereit? Bitte, Max, nehmen wir nicht mehr. Schule... Schule... Äh, cool. Das bist ja jetzt du. Weißt du? Doch, das bist du. Und hier so eine. Ich kann nicht mehr Namen umändern. Nein. Mach du doch mal. Was machst du da, Marc? So, kannst du schon erkennen, was ich male? Eine Freundschaftsliste? Ja, warte. Ich bin ja nicht fertig. Jetzt. Achtung. Dann kommt hier. Hä, was malst du da, Marc? So, eine Achtung. Und dann... Mh... Da. Viel. Siehst du? Ja. Und hier so... Das ist egal. Das ist nicht so wichtig. Entfernen. Ja. Und jetzt... Weißt du, welchen Knopf ich drücke? Zuschauen. Den da! Den drücke ich! Ey, wieso willst du mich aus Freundesliste entfernen? Weil du hast nicht Lukas toll genug gefragt, dass ich 60 kriege. Ey, Mann, du bist voll doof, Marc. Ich hasse dich. Guck jetzt. Achtung. Da, da bin ich gerade. Ey, du bist voll doof, Marc. Ich hasse dich. Weißt du, du kannst nur wieder meine Freundschaftsliste, wenn ich jetzt noch eine Sache malen darf. Mann, ich hasse dich. Okay. Nur noch eine Sache und dann mache ich dich wieder rein. So, jetzt kommt letzte Sache. Okay. So, guck. Siehst du? Siehst du? Ja, so grau Quadrat. Das ist so diese Farbe. Und jetzt geht's los. Achtung, bist du bereit? Nein. Hier. Ups, das ist... Hier so. Ist das Big Box? Nein. Das kostet nur neun Gems. Und hier oben ist auch ein Strich. Und ausgemalt. Was meinst du da, Marc? Ich bin noch nicht fertig. Du musst erst gucken. Jetzt geht es nämlich los. Ich bin noch nicht fertig. Du musst erst warten. Kannst du schon ein bisschen raten, was das ist? Ey, bitte nicht was Teures. Da ist jetzt der... Nein, bitte nicht Spike. Warte, ich bin noch gar nicht fertig. Ich muss dir zeigen, damit du gut verstehst. So, und hier... Achtung, das Schwarze mit einer Gelbe drin. Und dann... Achtung, jetzt das ist ganz wichtig, damit du nicht sauer bist. Kannst du erkennen? Aktiviert ihr keinen legendären Boller kaufen. Ich hab kein Geld. Jetzt guck. Ey, aber ich hab kein Geld für Spike und Pyro-Spike. Warte doch. Ich bin immer noch nicht fertig. Der kostet nur neun Gems. Das stimmt gar nicht. Doch, guck, warte. Das ist der Spike. Und, weißt du, was das ist? Das ist Sonder... Ähm... Das kostet ein bisschen mehr als neun Gems. Angebot. Guck, und jetzt. Das kostet... Nur neunundvierzig. Hey, das kostet auch mehr als neunundvierzig Gems, Max. Wie viel denn, weißt du? Drei hundert oder so. Oh, warte. Hier vorne ist Juwelen. Und jetzt. Achtung. Ey, Max, ich kann dir nicht kaufen. 449 Juwelen ist viel zu viel für mich. Lukas hat gesagt, nur 12 Euro darf ich dir geben. Und jetzt kann ich nicht bezahlen. Ich krieg kein Zuckerriegel mehr. Du musst Lukas das sagen. Und der gibt dann, ähm, dir Geld. Weil bestimmt Lukas noch Kevin Geld schuldet. Äh, äh, Lukas, schuldest du noch Kevin Geld? Weil, äh, Max hat Spike gemalt. Äh, äh, Lukas hat gesagt, nur noch Spike und dann nichts mehr. Ja! Weil, guck, hier, Spike, Sonderangebot. Und ich muss jetzt sogar, dann kannst du Lukas sagen, der muss gar nicht so viel machen. Ich brauch nur 24 Euro. Sag ihm das. Äh, äh, 24 Euro braucht Max. Okay. Ich kaufe. So, guck, jetzt hab ich 600. Und jetzt, Finn, siehst du, hier. Siehst du das? Mann, ist voll cooles Angebot. Das will ich auch. Und jetzt, 3, 2, 1. Ja, das ist der, 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 der Spike. Voll krass. Und der, der Pyro. Das ist so cool, Finn. Ich zeig dir einmal kurz, wir sind ja hier in Brawl-Lobby. Guck, jetzt hab ich, glaube, alle legendäre. Guck, der ist jetzt der neue. Der ist voll krass, Max. So? Aber jetzt ist genug. Nein, eine Sache male ich noch. Und dann, äh. Nein, ich kann nicht mehr spielen. Er hat weg. Hallo? Finn, ich darf noch eine malen. Nein, ich kann nicht mehr spielen. Ich kann nicht mehr spielen spielen spielen. Aber dann, im Moment haben wir, FPV privat pandemOK.